Hallo zusammen, ich bin Elena, Fahrgelernende im zweiten Lehrjahr im Seniorenzentrum Züden und ich zeige euch heute einen Einblick in meinen Arbeitsalltag. Zu meinen täglichen Aufgaben gehören zum Beispiel die medizinal-technischen Verrichtungen, die Vitalzeichenkontrolle sowie ein grosser Teil ist die Körperpflege und das Begleiten und das Aktivieren der Bewohner. Was du mitbringen möchtest, wenn du hier Ausbildung machen möchtest, wäre Geduld und Feindgefälligkeit im Umgang mit Menschen, Team- und Kommunikationsfähigkeit, physische und psychische Belastbarkeit. Das Seniorenzentrum Züden lebt gut mit einem schönen Seeblick, ist sehr gut mit Zug sowie Auto erreichbar. Wir haben hier eine Cafeterie, wo man zu Mittag essen kann und haben Personalrabatt. Sonst kann man auch ins Dorf etwas posten. Wir haben sehr viele Ausbildungsplätze und ein sehr gutes Verhältnis, wir lernen die untereinander, sowie eine sehr gute Ausdurchsage und Kommunikation. Was mir ausserdem noch sehr gefällt an diesem Beruf ist, Bewohner mit den unterschiedlichsten Biografien auf ihrem Weg zu begleiten. So, jetzt habt ihr einen Einblick in meinen Arbeitsalltag bekommen und wenn es euch gefallen hat, dann bewerbe ich euch noch. Bis dann!